So Endspurt, vielleicht kriegen wir noch was interessanteres hin, aber hier können wir doch schon mal die Wand reinreißen, genau. Was machen wir hiermit? Was machen wir damit? Wir können erstmal Schlossböden reinpacken, ne, und wieder Schloss, das ist unser Garten, das ist unsere Ungezieferfalle, die wir eigentlich auch nicht brauchen, aber die baue ich jetzt nicht ab, weil die war, oder doch, warte mal, brauche ich die noch? Ja, die kann man aber irgendwie, die würde ich gerne auch in einem Außenbereich aufstellen. Vielleicht für das hier Außenbereich. Streng genommen brauchen wir dieses Ding ja doch nicht, ne, oder? Diese Nische da, ne, lass uns das mal abreißen, ne, die Wand weg, die Wand weg, die Säule weg, den Boden weg, haben wir noch ein bisschen Platz dann, ähm, Boden war ja, Boden war ja schwierig bei uns, wir hatten ja irgendwie die maximale Größe, wie, jetzt kann ich, ich kann auch 48 setzen? Nein. Oder? Ist das? Nee. Nein, nein. Das glaube ich nicht. Ähm. So, was machen wir denn hier? Also, Thronsaal, ähm, will ich hier ne Mauer haben? Oder will ich hier ne Mauer haben? Wir haben ja einen schönen 3x3 Raum, der bietet sich ja irgendwie an. Schloss, Mauern, so, dann hätten wir hier den 3x3 Raum, das bedeutet auch, dass, äh, diese Wand weg kann, und die hier weg kann, und der Symmetrie halber, das ist doch wunderbar. Dann haben wir da einen, äh, 4x3 Raum, na gut, okay. Ähm, das war Schneiderei, ne? Dann sortieren wir das mal eben schnell um, hier. Äh, äh, die Räume rundherum anordnen. Wer braucht weitere Stunden? Wie rundherum? Rundherum? Ja, einen Innenhof könnte man sich auch bauen, ja. Eigentlich wollte ich auch ein Schloss mit Innenhof haben. Ach, sag nicht, das geht da nicht hin. Doch, das geht da hin. Eigentlich wollte ich auch einen Innenhof haben. Aber dann kann ich alles haben. Du darfst in deinem Alter nicht mehr als Minus 2 setzen. Was? Ich muss die Bögenlein nochmal drauf hübschen. Sollen wir hier mal dann Platz für, auf jeden Fall eine zweite, äh, einen zweiten Wegstuhl? Das gefällt mir hier nicht. Kann ich einen zweiten? Ja, ähm, ich hätte das schon ganz gerne irgendwie zentriert, ne? Ich lass es da erstmal stehen. Vielleicht finden wir noch ein zweites Dekro-Objekt, was wir daneben packen können oder sowas. Das kann ja sein. Also nicht, dass mal ein Schloss-Zentrum-Deko-Objekt wäre, aber ihr wisst was ich meine. So, dann müssen wir das irgendwann mal mit Schränken hier. Dann anpassen. Ähm, was ist denn die Gärnerei? Hat die, was braucht denn die denn für einen Boden eigentlich? Ach na, echt? Für die Schneiderei? Ach was? Ach, das ist ja praktisch. Gute Nacht, Matze. Schlaf schön. So. Ach, hier kommt schon wieder Rasen durch. Ähm, Forschungstisch. Überlege, ob ich das Ding einfach da hinschiebe und ein Mauer. Dann sieht man es gar nicht. Das überlege ich. Mal so richtig doll sieht es nicht aus, ne? Aber, also jeder mag zum Schokoladenbrunnen, ne? Und das ist ja eine Art Schokoladenbrunnen für Vampire. Vielleicht stelle ich das Schlosszentrum auch einfach bei mir hier rein. Ach nee, da muss, ringsherum muss ein Block, glaube ich, Luft sein, ne? Ja, 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 da muss ein, ja, 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 ja. Ne, das geht nicht. Den kann ich da nicht rein stellen. Ähm, das gefällt mir nicht. Ähm. Moment. Ihr müsst mal eben zur Seite. Ich muss mir jetzt gleich mal einen Überblick verschaffen. Ähm, Böden. Schlossboden. Warum macht er es nicht? Wo ist denn sein Problem? Okay. Was ist das? Ähm. Hier kommt wahrscheinlich ne Mauer rein. Oder auch nicht. Muss man überlegen. Also auf jeden Fall kommt da eine Tür sonst rein. Ein bisschen verlinkelt hier. Ich geh mal kurz weg. Ich geh mal eben kurz weg und hol mir, äh, hol mir mal, äh. Wow. Was war das denn für lecker? Wie auch hundertmal kurz was zu trinken. Hier ist das für ein bisschen weg. Ich bin jetzt hier ein Problem. Was ist das für ein bisschen weg? Ich bin jetzt hier ein bisschen weg. Ich bin jetzt hier ein bisschen weg und ich bin jetzt hier ein bisschen weg. und wer bleibt da übrig? Krieger mit 20% Hallo? Das musstest du jetzt unbedingt machen, ne? Komm wieder, ich will dich essen. Hallo? Mann, du Nase. Hilfe, pass in Tafel? Warum? Aber Edelsteinstaub würde ich ganz gerne mitnehmen. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht in der Madel. Warum sage ich mal, ich mache das 11, dann müssen wir alle früher ins Bett. Ah, so sieht es schon mal ganz gut aus, finde ich. Der Schlossumbau. So sieht es schon mal irgendwie ganz gut aus. Wenn ich das mal so angucke. Ich habe hier eine riesige Fläche. Also da geht es in den Schmiederaum. Da geht es raus. Hier geht es ins Eichel-Milabor. Hinten geht es in den Garten. Das passt. So, dann können wir, ich glaube ich lasse das hier doch offen. Gefällt mir besser. Dann kann man nämlich von hier aus dann in den Werkraum gehen. Oder in den Schneiderraum. Hier würde es auch wieder rausgehen. Hier muss noch eine Garderobe hin, dass man seine Jacke aufhängen kann. Dann haben wir hier Chefzimmer. Und hier hätten wir einen ziemlich großen... Warum nicht ein Dienerzimmer hier raus machen? Ich würde sagen, dann machen wir ein Dienerzimmer raus. Komm. Ähm, zack. So, und... So. Dann können die beiden da ja bleiben. Das kommt weg. Du kommst 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 weg. Und dann haben wir hier einen schönen großen Raum. Du kommst weg. Mauer. Entschuldigung, Agatha. Oh, die wird sauer auf mich sein. Die ist jetzt bestimmt angepisst. Mir gefällt das nicht ganz, weil es hier nicht 3 reingeht. Sondern nur... Na gut. Wir könnten das ja auch wieder abtrennen. Als Raum. Äh. Moment. Da hätte ich ne Idee. Wir machen das mal. Aber wir machen... Nee. Nein. Komm. Erstmal so. Weiß ja nicht, ob ich es gut finde. Ja. Okay. Ähm. Moment. Eins. Definitiv... kommen die weg. Auch wenn der Raum nicht so groß sein müsste. So. Ist mir auch egal, ob der dann so groß ist. Ich glaube die Ecke da nehme ich auch noch weg. Ja, die Ecke gefällt mir gar nicht hier. Die muss weg. So besser. Definitiv besser. Was sagt ihr denn so dazu? Ich brauche mal eine Rückmeldung. Ich brauche mal eine Rückmeldung. Wie gesagt, ich bin noch nicht der Beste drin. Dafür schlagen mich glaube ich halbwegs gut. Also wir haben jetzt immer noch Böden für die Bibliothek. Das bedeutet wir packen, ja packen wir da eigentlich alles rein. Da machen wir hier eine Bibliothek eigentlich rein. Oder wir können hier oben eine Bibliothek machen. Ich will diese Ungelziefermaschine erstmal irgendwo hinschlanschen. Kann man die nicht einfach draußen vor die Tür packen. Ich will die nicht in der Wohnung haben. Ah, hier musste ich schon auf... Wie blockiert durch Grenze? Was denn für eine Grenze? Weiß jemand, was das Spiel von mir will? Achso, ich habe hier ja schon. Moment, dann kann ich ja auch die Ungeziefergeschichte hinpacken. Warum kann ich das jetzt nicht da hinsetzen? Weiß jemand, warum das nicht geht? Um, 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 geht das nicht? Das Ungezieferanlager ist eigentlich Alchemie. Ja, aber so willst du es doch nicht in der Wohnung haben. Oder? Ich guck mal nach, ob das Ding einen Raumvorteil hat. Tatsache! Ja, aber ich krieg doch Ratten dann. Oder die Riesenratte. Oder ne, ich will doch keine Spinnen. Also die stellt man normalerweise nicht draußen auf. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, man stellt sie draußen auf. Wollen man sich da vielleicht auch mehrere... Ah, die passt hier ja gar nicht rein, ne? Ah, die passt hier ja gar nicht rein, ne? Ja, gut kann man machen. Ja, gut kann man machen. Das Ungezieferanlager braucht man zuweilen. Ja, 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 genau. Zum Füttern von Gefangenen? Ich dachte Fische überwiegend. Ja, aber wenn es die Kosten reduziert, ist ja generell keine schlechte Sache. Ich lasse es hier drin. Ich lasse es hier drin. Aber fast kann ich mich da draußen nicht aufstellen konnte. Äh, das stört mich hier auch gerade. Achso, das habe ich da drüben aber auch. Da muss ich hier wohl auch damit leben. Ähm... Dann... Ja, aber hier will ich keine Wand einziehen. Das muss schon mittig sein hier. Das muss schon so bleiben. Ich überlege gerade... Ja, komm. Genug überlegt. Wir machen das jetzt mal. Ähm... Agatha geht doch mal zur Seite. Ähm... Die Papierpresse... Agatha... Kann ich die wegrufen? Ne, ne? Da muss ich warten bis sie von alleine weg geht, ne? Das ist süß. Guck mal, auszubildender Student. Ich weiß nicht. Ähm... Ja, auf alle Fälle auch nicht gut hier. Ich knall das da erstmal nur rein. Ich glaube... Also Schränke und sowas... Obwohl das eigentlich das Interessanteste, ne? Also ich glaube, ich würde ganz gerne nächstes Mal... Also jetzt nicht sofort im Stream, aber so im Laufe des Abends... Vielleicht mal anfangen Deko und sowas herzustellen. Ich glaube, das wäre ganz geil. Äh... Grünlagen... Produktion... Schloss... Böden... Böden für... Ne, die Böden habe ich noch nicht. Dann nehmen wir Böden für das Schloss. Nein, das hört man da rein. Ähm... Ja, cool. Dann sind wir durch. Erstmal. Was ich damit mache, weiß ich auch noch nicht so richtig hier. Äh... Ich würde sagen... Wir tun so, als würde es in diese Ecke gar nicht gehen. Das ist das Beste, wenn wir mal... Vielleicht Gästeklo. Da kann man ein Gästeklo reinsetzen. Irgendwas werden wir finden, was wir da reinsetzen können. Vielleicht unsere Nebelmaschine, die irgendwo rumsteht. Ähm... Oder die alles verschlingende Kiste. Die können wir da rein stellen. Das ist eine gute Sache. Echt jetzt? Oder wir stellen Hagatha da einfach rein. Oh, Mann. Oh! Geht sich auch da gut. Das ist eine gute Sache. So und dann kommt da noch eine zweite neben, und zwar kommt die zweite, es müsse noch genau, ne das sieht nur so aus als würde es passen. Was ist das? Papierpresse, Produktion, Papierpresse. Gucken wir uns gleich eine zweite herstellen. So passt das, ich würde mir auch ganz gerne gleich einen zweiten Rebstuhl herstellen, Produktion, Wollfäden, Wollfäden haben wir doch hier. Rebstuhl, so schön, cool. Steakhafter, einen schönen guten Abend. Schade, dass man keine Luftaufnahme von diesem Schloss machen kann. Aber ich bin soweit erstmal zufrieden. Wir haben überall die passenden Böden drin, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Achso, Papierpresse, ne da wollte ich jetzt nicht. Ich muss mich jetzt erstmal zurechtkommen. Da hast du jetzt natürlich richtig Laufwerke, ne. Vom, denke ich mir erst daran, dass du jetzt nicht im Bett liegst. Das kann ich dir nicht sagen, das tut mir auch furchtbar leid. Ach komm, wir schmeißen sie erstmal hier rein. Ich will jetzt raus. Ich will Sachen machen. Umflägt das Herz. Eigentlich kriegst du eine E-Mail, wenn du es so eingestellt hast. Du kannst es ja so einstellen, dass du eine E-Mail kriegst. Ansonsten im Discord gucken. Und ansonsten ist es Mittwoch. Also ich stehe immer seit Jahren eigentlich immer am Mittwoch. Wo ist denn meine Wut? Weißt du, da ist die. Also Mittwochs für mich eigentlich immer. Da muss schon was passieren, wenn ich Mittwoch nicht stehe. Und seit sehr langer Zeit komme ich ja auch nur noch Mittwoch und Freitag dazwischen ran. Blablabla sagt es. Genau, es ist Wellwoch. So sieht es aus. Mit euch bin ich noch nicht fertig. Wo hatte ich denn vorhin eigentlich diesen 90% Menschen her? Habe ich den? Von hier habe ich den nicht, ne? Wo, wo hatte ich denn diesen 90% Menschen her? Von irgendwo hier, ne? Komm, lass uns mal gucken, ob wir noch einen 90% Menschen finden oder sowas. Das wäre ja schon schick. Wenn uns da was gelingen würde. Hey, hey, hey. Kann über den TTV wenigstens kommentieren. Das ist schon mal gut. Ich beklage mich ja nicht. Na das ist ja nur Ködel hier. 67% Schurke Stufe 3 ist bei 75% wahrscheinlich, ne? Ups. Eta wünsch dir eine gute Nacht, schlafscheinlich. Ach nicht, die Vampiren. Dich will ich haben. Dich will ich. 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 Ey, wenn du mir meinen 77% Schurke jetzt killst, ne, wie Fohlen die Wölfe. Ey, dann bin ich aber sauer. Okay, komm, lass uns gehen. Wo, äh, ja, wie lang. Ups. Warum höre ich ein angebranntes Geräusch? Mitoxid. Guten Abend. Äh, kann ich dir gleich erzählen? Ich muss die eben nach Hause retten. Das ist ein, äh, Vampir Survival Hack'n'Slay. Okay, sag mal ein bisschen in Diablo-Manier von der Perspektive her. Normalerweise hast du nämlich, oh Gott. Komm mit mal auf du. Normalerweise hast du nämlich nur diese Perspektive hier. Wie quasi in Diablo. Weil du keine Mods installierst. Oh, du bist halt Vampir, äh, kannst ganz viele Bosse töten, äh, musst auch, um zusätzliche Fähigkeiten zu kriegen und Rezepte und Werkbänke zu craften. Und wie gesagt, du kannst craften, du kannst dir dein eigenes Schloss aufbauen. Ich habe hier gerade die letzte Stunde komplett umgebaut. Ähm, ich habe aus meinem Zweiraum-Schloss was größeres gemacht. Du kommst jetzt erstmal mit. Und du kommst jetzt erstmal in die Gefängniszelle. So. Äh, einsperren. Ah ja, ich kann es auch mit Racken flittern. Richtig schön. So, dann gebe ich nochmal ein paar Racken. Wo habe ich den Racken? Ach ja, aber das können wir erstmal mitnehmen hier. Studierzimmer, Studierzimmer, Studierzimmer. Ich habe wie gesagt gerade alles umgeräumt. Deshalb ist es hier noch ein bisschen chaotisch. Äh, Racken müsste ich da irgendwo drin haben. Google schafft das bei Youtube auf einem Google-Tipp auch nicht. Okay. Äh, so eine fette Grunde nehme ich mal mit. Aber ich habe auch Racken über gehabt, meine ich. Ja, komm. Du kannst Diener haben, wie Rolfinchen hier zum Beispiel. Du kannst Leute gefangen nehmen später. Ähm. Beseitigen. Ne. Können wir heilen ihn erstmal. Dann packen wir den doch hier nochmal fünf Racken rein. Das dauert ja ganz schön. Dir geht es gut, ne? Du bist gesund, du hast nur Elend, ne? Ähm. Elend ist Regenbogenforelle. Ne. Weiser Fisch habe ich aber. Beides glaube ich nicht. Äh. Du hast auch noch einen Fisch da. Mehr. 58. 67. So, dann gehen wir mal ins Studierzimmer. Ich wünsche dir eine gute Nacht, die Karte. So, was können wir denn hier? Smaragd-Heilskette. Also erstmal Zäune und Brunnen, Adlik. Die habe ich halt beim Offline Farmen gefunden. Boah schon. Zäune und Brunnen. Cool. Dann Smaragd-Heilskette. Die kann ich bestimmt nicht herstellen, wenn man das Edelstein-Dings fehlt. Und der Kobaltrank. Bewährungskündigschwindigkeit. Wetter erhöht. Ja, die kann ich garantiert nicht herstellen. Das ist wie die neblige Heilskette. Die kann ich auch nicht herstellen. Aber wir könnten gucken. Ähm. Letztes Mal konnte ich die gnadenlose Eisenkölle glaube ich noch nicht herstellen. Mir fehlte irgendwas. Ihr lauft immer da rum, wo ich auch sein will. Schmiede. Achso. Hahaha. Drei verbesserte Blutessenzen. Drei. Ich habe vier gebraucht, um mein Schloss raufzuwerten. Das ist so blöd. Ich würde aber ganz gerne den beiden mal besser Gerüstung herstellen. Wo sind wir denn hier? Im falschen Zimmer sind wir. Wir sind im falschen Zimmer. Ich würde den beiden ganz gerne besser wüssten. Erstmal kommt das Ding mit hier rein. Ne. Wo ist denn die Papierpresse? Doch, die ist hier. Ja dann steht sie hier ganz richtig. So. Das war. Wobei da die Gerberei da jetzt auch im Schneiderzimmer steht. Gut. Ich kann die Kiste da ja ruhig auch erst mal. So. Und zwar möchten wir herstellen. Wir brauchen Baumwollgarn, Leder und Wollfaden. Baumwollgarn, Leder und Wollfaden. Wollfaden können eng werden irgendwann. Aber gut, dann stellen wir uns die her und dann geben wir unseren Diener mal bessere Klamotten. Du Maris. Willkommen zurück. Die Blutpresser hast du ja sicherlich. Da gibt es jedenfalls ein Rezept. Und wo ist es ein besseres? Nee. Da gibt es ein Umwandlungsrezept. Aber nicht das. Es gibt eins um erlesene Herzen umzumangeln in Urblutessenz. Was? Ach doch. Tatsache. Oh. Hast du recht. Ich habe es nur nicht. Nee, habe ich nicht, Tomaris. Ich habe jetzt mein Schloss umgebaut. Hast du doch recht. Ich habe es nur nicht gelernt. Jaha. War das ja doof, ne? Sind die denn auch Vampire? Äh. 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 Von der IDEA müssten sie, weiß nicht, weiß das jemand. Also jetzt nicht in dem Spiel, sondern allgemein. Ich meine, Agatha war vorher nicht so blau am Gesicht und die Augen haben auch nicht so toll geleuchtet. Äh. Aber es ist die ganz Liebe, die wir nur spielen. Äh. Es kann sein, dass ich das erst, äh. Tristan habe ich ja vorhin versucht. Tristan habe ich ja vorhin versucht. Für Tristan war ich gerade noch zu blöd. Habe ich heute keine Nerven so gehabt. So. Und dann stellen wir die nochmal her. Oder? Warte mal. Ne. Äh. Rolfinchen. Wo bist du denn? Wo ist das Rolfinchen? Warte mal, ich kann die doch auch rufen, oder? Na, da ist er ja. Rolfinchen hat Stufe 4. Ne, die müssen beide besser werden. Die Teppichrolle können wir auch herstellen. Ah ok, dann packen wir den Kampfs mal wieder zurück, du gehörst da ja auch gar nicht rein, du gehörst da auch nicht rein, du gehörst da nicht rein und die Kupfergeule gehört da streng in einem auch nicht. Ganz ehrlich, eine Kupferkeule kann ich auch niemanden mehr angeben. Ich weiß gar nicht warum ich die aufbewahren soll. Also den Dienern das als Waffe zu geben, macht überhaupt keinen Sinn. Mach mal weg hier die Kiste. Danke schön. Ach was ich noch machen könnte, oder es ist 23 uhr 4. Naja, ich kann bei der Wemme eh noch nicht gut schlafen. Jupp. So jetzt mal eine Frage an die Profis hinter euch. Gehört die Ratte ins Schloss? Das ist quasi Essen. Also manchmal laufen auch Ratten rum. Die kommen von draußen rein. Ich kann sie auch essen, aber will ich jetzt gerade nicht. Du hast, mit dem Blut heilst du dich. Das Blut verbrauchst du aber auch das Dickert von Zeit, das verdunstet, wenn du arbeitest durch Schwitzen oder sowas. So, wenn ich draußen jemanden aussauge, dann füllt sich das Ding komplett bis oben hin und du siehst hier, da steht 20% nehmen. Und dann siehst du hier, dass bestimmte oder die Menschen und die Gegner da draußen haben einen zufälligen Wert von 1 bis 20% wie hoch die Blutqualität ist. Das ist wirklich random. Futter to go. So. Und wenn du natürlich mal so 90% Gegner ausgesaugt hast, dann hast du alle möglichen Buffs, wie mehr Kraft, reduzierte Abklingzeit von Waffenfähigkeiten, bla, reduzierte erlitternder Schaden. Jedenfalls bei der Blutgruppe Krieger. Es gibt auch Blutgruppe Schurke. Es gibt Blutgruppe Arbeiter. Arbeiterblut ist zum Beispiel sehr gut, um Ressourcen abzubauen zum Beispiel. Und da gibt es noch Wildtiere. Dann hast du vielleicht erhöhten Sonnenwiderstand. Ja, du darfst nicht in der Sonne gehen. In der Sonne verbrennst du. Kannst, muss sich im Schatten dann zwischen den Bäumen bewegen. Aber es ist manchmal sehr schwierig. Ist aber witzig. Ähm. Und ähm. Was passiert denn jetzt? Achso. Okay, ja gut. Das wollte ich gar nicht. Ähm. Ja. Und äh. Das doofe ist oder das ähm. Wie das halt im Spiel so ist. Äh. Dann hast du irgendwann mal einen Hochleveligen ausgesaugt und möchtest das Blut dir am liebsten für dich behalten. Aber du musst dich auch irgendwann heilen. ähm. Und das geht mehr oder weniger nur über dieses Blut. Oder wenn du Tränke herstellst zum Beispiel. Aber eigentlich musst du dieses Blut auch irgendwann verbrauchen. Das heißt, du kämpfst eigentlich dauernd damit, äh, an gutes Blut zu kommen. Aber es möglichst nicht zu verbrauchen. Das heißt, keinen Schaden zu kriegen. Weil sonst musst du dich heilen und dann sinkt der Pegel. Und dann bist du irgendwann gezwungen. Weil wenn das Ding leer ist, stirbst du auch. Und zwar sehr flott. Dann bist du irgendwann mal gezwungen, irgendwie einen blöden Wolf oder eine Ratte oder halt den erstbesten Menschen, der dir unter den Weg kommt, äh, anzugreifen und auszusaugen. Und dann rennst du jetzt um 3% Blut rum. Das ist so eine Sache. Ähm. Was ich machen wollte. Wollen wir erstmal gucken. Sind wir hier schon fertig? Achso. Ähm. Frage an euch. Ich, äh, habe genug Papier, um mir die restlichen 13 Rezepte in der Standard Forschungswerkband herzustellen. Dann habe ich die Forschungsgeschichte abgeschlossen. Dann gibt es dann noch das Studierzimmer und es gibt dieses höhere Dings, was ich noch nicht haben kann. Ähm. Fähigkeiten verbrauchen auch Blut? Wie sehen sie hier? Meinst du? Ja, wahrscheinlich, oder? Ist verdammt von alleine oder sowas. Ähm. Also ich könnte mir jetzt eigentlich alle fehlenden kleinen Forschungsrezepte herstellen. Das hätte dann zur Folge, dass ich natürlich ganz viel Papier ausgegeben habe. Aber dafür habe ich es ja. Äh. So sehe ich das auch, ne? Weil ich kann zwar hier... Ach, hier ist der Webstuhl. Ich kann hier ja... Äh. 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 Aus vier Papier eine Schriftrolle machen. Aber ich brauche 75 Schriftrollen in dem Studierdings hier, um mir hier ein Rezept freizuschalten. Das heißt, sagen wir mal, äh, also bei 70 wären das ja, äh, 4x7, 280, äh, äh, 300. Ich bräuchte 300 Papier, um mir 75 Schriftrollen für ein Rezept da herzustellen. Das bedeutet, ich würde momentan, wenn ich meine 650 Papier, sagen wir, dafür opfern würde, dann würde ich zwei Rezepte kriegen. Klar, das sind die cooleren Rezepte. Aber, äh, drauf geschissen letztendlich, dann versuchst du lieber Schriftrollen zu farmen oder sowas. Außen habe ich, glaube ich, gar nicht so viel Edelsteinstaub. Ich habe, glaube ich, nur... Ja, doch, 100 Edelsteinstaub habe ich irgendwie so. Aber, ähm, Papier wandelst du eigentlich nur nebenbei. Das denke ich mir auch, dass es effektiver ist, die Schriftrollen direkt zu farmen. Also, deshalb, ähm, würde ich jetzt, bin ich jetzt echt am überlegen, ob ich das nicht mal eben... Oh, Rolfinchen, guck mal her, ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Einmal Schuhe, einmal das, einmal das und einmal Handschuhe und einmal Hosen. So, und das kannst du mir mal eben geben. Und dann kriegst du... Ne, das hat so nicht funktioniert. Okay, kannst du keinen Umhang? Sag bloß, die kann keinen Umhang tragen. Kann die keinen Umhang tragen? Ich hab die jetzt einen Umhang komplett für lau hergestellt. Die kann keinen Umhang tragen. Oh, so ein Scheiß. Warum hab ich denn zwei davon hergestellt? Ach. Also jetzt ist sie 384. Ja gut, das Kupferschwert ist natürlich für den Arsch, ne? Dinosarg, rufen. Was ist sie? 251. 351. 334. Nur dadurch. Und die kriegen wir auch noch Höhe. Du bist ja aus dem gleichen Grund hergestellt wie ich auch. Du hast vorher nicht geschaut. Jaja. So sieht's aus. Nun gut, dann... Dann schreddern wir die. Der hat auch keine Haltbarkeit, ne? Ne. Dann kann ich den auch schreddern. Und wir schreddern die Nachtschradler gegen uns. Die schreddern wir, die schreddern wir, die schreddern wir. Die blauen behalte ich sicherheitsamer nochmal. Vielleicht kann man die doch nochmal irgendwann am Diener geben. Aber die anderen Sachen will keiner haben. So. Dann schalten wir jetzt frei. Ich gehe davon aus, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas entdecke, auch etwas anderes kriege. Okay. Verzaubertes Gebräu. Das hier? Farberkraft erhöht. Nadelloser Kupfersperr. Ja. Ein Decken. Nadenlose Kupferkeule. Marot. Silberwiderstandsgebräu. Oh, das ist ja durchaus grundlagentechnisch hier. Nadenlose Nachtschradstiefel. Gut, die kann man sich dann auch mal herstellen. Nebelsiegel. Magische Kernhütte. Was? Steigern die Kraft von Zauberersprüchen. Achso, bei allen Sachen hier, ne? Eigentlich. Das gefrorene Auge. Okay. Mal gucken. Was? Gemälde, Gemälde, Gemälde. Sortiment feiner Gemälde haben wir bekommen. Geil. Sortiment einfacher Kerzenständer. Schlichte Möbel. Das Blutrosengebräu. Wo ist das? Da. Ein Gebräu das Tierprozent deiner maximalen Gesundheit. Jede Sekunde 14 Sekunden wieder herstellt. Macht dann 40 Sekunden. Okay. Äh, 40, 40, äh, Gesundheit. Und Sortiment von Prophezeiungvasen. Super. Dann sind wir hier mit durch. Dann hätten wir hier alles. Sehr schön. Der Forschungstisch ist abgeschlossen. Hat sich ja doch nochmal gelohnt. 333 Papier über. Was ist das? Stühle rot. Im Studierzimmer. Können wir auch gleich mal lernen. Rote Stühle. Gibt es auch Stühle blau? Stühle rot. Ja, mach. Achso. Stühle rot. Und wo stelle ich die Stühle her? Mache ich das dann? Beleuchtung. Ne. Universal. Standlichter. Oh geil. Beschwörungskerzenhalter. Zweikupferbahnen. Moment. Ich muss mal kurz einen aufstellen. Ich muss mal ins Bett denn. Ja. Können ein bisschen mehr Licht bringen. Toll, es ist schon wieder Blutmond. Ich habe ihn schon wieder verpasst. Blutmond wäre eigentlich ideal gewesen, um mal Tristan irgendwie zu verprügeln. Muss ja mal sieben Tage warten. So. Dann verabschiedet mich mal. Dann verabschiedet mich mal.